Das war ein Steuerschein von dir. Ich wollte viele Leute sehen, ob er mit Röden verjahst. Und ich dachte, ich würde gerne meine Kekstunde anbieten. Und ich würde gerne wissen, dass wir ein paar Menschen sehen. Ich würde noch mehr so ein Video merken, wo ich das erste Mal gelernt habe, dass ich es dort konnte. Und ich würde sagen, dass es das gleiche gibt. Ich würde wissen, was ich hier klären möchte. Ich würde sagen, dass ich hier Spack habe. Ich habe mir dort aufgeschnitten. Und dann habe ich hier noch Frucht. Das sind auf Englisch Dates. Die sind so ein Steuerschein, wenn ich das nicht ganz nahe wollte. In meiner Hand nicht kenne die Mank. Wenn es dann darf ich mich doch nicht mehr klären, wenn ich die Abfälle mit den Nähten will. So, dann denke ich mit diesen Nähten. Ich habe mir die Ferne geräuscht. Ich leichte, wenn die ein bisschen knacken tun, wenn einer aufbieten darf. Einer darf den nicht geräuschen, ob er es schmeckt, wenn er da. So, wenn ich anfangen. Ich nehme mir eine so ein Steuerschein. Das ist eigentlich so ein Graub. Wenn ich die Geräte kann finden, dann ist es viel besser. So viel Geräte, so viel besser kann, kann er sich da ein bisschen behandeln. Und dann kann er auch viel mehr Nähten machen. So, ich da dann die Abmärkung klären. Und dann quatsch ich damit, wenn ich eine Nähten mache. Und dann nehme ich mir einen Hohlwitz-Dremel-Spack. Und dann darf ich den Ramm werkeln. Und es geht immer, dass er ein bisschen sauerklebsig ist. Das muss man es nicht tun. Aber wenn ich den Ramm gewirkelt habe, dann darf ich mir einen Tehnenpüller nehmen. Wenn es die Wälde dann noch mal aufgehen, wenn ich den in der Back oben nehme. So ist das dann. Und dann darf ich den Plot ab. Mit so einem Papier. Dann, wenn ich die Umbrändung. Dann darf ich mir nicht mitfordern, dass das Öl brennt. Dann könnte ich das Papier bloß in den Garbogen anschmieden. Und ein Stück mal, wenn die Geräte sind. Wenn die nicht klein sind, dann könnt ihr nicht viel mehr nähen. Weil wenn die Geräte sind, dann könnt ihr mehr nähen. Und ein Stück mal, dass ich bei drei. Das ist doch nur, wie groß die Frucht dann ist. Und dann werde ich hier bloß Räumen. Solange mir das gut ist. Ich lege nicht so sehr im Video zu merken, wenn ich hier in der Kerkstube ansehe. Mich spätzt sich immer so, ich kann viel besser mit alles anfangen. Weil ich nicht so sehr Quark drin habe. Und ich spätzt mich dann ein Stück mal so. Wenn Menschen mich ein bisschen übernachten. Weil das Öl auch so ist, das soll. Dann merke ich mich ein Stück mal bloß eine große Schwinerie. Und dann auf einmal hörst du, ich lebe das Öl so spuckig. Dass das Öl nicht mal zum Eten lebe. Aber ich wollte mir ein Bastard proben. Kann ja vielleicht sein, was ich hier do. Ein Stück mal, ich lebe mir das noch ein bisschen übernommen. Und dann machte ich das bloß. Das ist ein Bakkerich. Das ist nicht so schlimm. Das schafft du wenigstens. Und bloß die Tiet nehmen. Wenn ihr viel Tiet haben. Dann bloß so langsam wie es geht. Das wird dann schön schoffen. Nicht für's abgeben. Wenn es einem Kabel in der Einsicht mal auf die Hände rührt. Er kann das nicht so fertig machen. Das ist mir auch gar nicht so schlimm. Das sind viele Menschen. Ich habe immer nervös. Und ich habe davon gehört. Und wenn die da nicht merken. Für unsere Jahre. Dann rätten sie sie so sehr viel. Und wenn sie dann nachher kommen. Dann kreuen sie sich ein Stück mal an. Und freuen sie mich dann mit dem Fuß. Und danach wird sie eine Stütte auch noch merken. So, das dauert dann eher mal. Und mich schmecken die auch batterlich so schön. Wenn sie so schön sein. Dann mache ich jetzt so schön. Und einige Menschen sagen nicht. Mein Unke sagt immer. So schön, dass das nicht so gut passt. Aber für mich geht es. Das ist so schön. Und wenn ich den Schadlitz so schön. Das schmeckt mir auch noch so schön. Bei mir bei Schadlitz und bei Spak. Da passt alle so schön so schön. Das würde ich gern zu mehr. Zu Unkers, zu Freustück, zu Faas. Aber eh ist ein Tipp, wie ich dort gerne, wenn es mir so schön schmeckt. Ich habe auch gerne andere Dinge. Ich habe auch Kekke gemerkt, Klierküren. Und so eh ist, was ich auch mal gemerkt habe, wie ich dort schmeckt. Das schmeckt so schön. Das möchten uns die Menschen sehen, was sie überschätten. Aber ich war so. Das schmeckt so gut. Aber das ist nicht für alle Menschen. So, das geht dann. Und da ist ein paar Haare. Ein Schulf Haare in der Plot. Ich werde viel merken, wenn es wir schulf Gas kriegen. Aber für mich würde ich mir das bloß ein paar merken, dass ich das aufnehmen kann. Und dann würde ich es wissen, wie das vorig ist. Und wie lange. Ich würde niemals nicht, wie du mit Schwormerkern war. Wie lange dort geht. Ich weiß, wenn du das reinlässt, dann nehme ich das in den Oven. Und dann habe ich es nicht mal gekickt, wie lange dort ist. Aber nun fang ich das in den Oven. Ich weiß nicht, was ich kicken. Ich dachte, ich kann von euch verzeihen, wie lange dort habt ihr das. Und dann würde ich gewinns, was für eine Zeit zu haben, wenn ihr das einmal mehr werfen. So, dann würde ich das in den Oven saaten. Zielfenzen. Dann könnt ihr das unten in den Oven nehmen. Dann würde ich den Oven nehmen. Und dann würde ich das mit den Oven nehmen und drehen. Wenn es vom Oven nicht ganz gut ist, vom Oven sind, muss man etwas ferne raus. Dann würde ich sie einfach drehen. Bloß unten Püller und Pfoten. Dann würde ich nicht werden. Dann würde ich das aufnehmen. dann verstoßt ihr, dass die dann alle Fähne raus werden, von oben und von oben. Menschen, aber Menschen, nun kiegt mal noch das. Kiegt mal, wovon wir sind geworden. Einige sind, was ihr da lasst, der andere Opa. Kann sein, vielleicht ein bisschen von dich. Wie, oh, das kann ich hier hören, dass es da ein Klinkbastchen nach Karten geht. Kann ich da rechnen, dass ich hier marschig sein soll. Dann machen vielleicht was Menschen sagen, die es nicht leuchtet. Opa, da sind die unten, dann sind die meine Familie. Und ich habe alle gemerkt, ich habe das andere gemerkt, dass die Kinder nicht dürfen hungern. Und es wird viel sein zu essen. So, ihr könnt nicht erladen, ihr könnt dort nicht schicken. Ob ihr gewesen möchtet, ihr könnt vielleicht so eine Salze machen. Na jo, dann, ich habe die Hände anscheinend wenn ihr jahres drehen, lasst alle schein gehen. Und bleib gesund. Odei! Na jo, nun, kiegt mal Menschen. Ich habe auch wollte aufschauen merken, und nun fallen mir dort bei. Ich habe ihnen dort nicht gesagt, wie lange ich da oben habe. Das wird wie 20, 30 Minuten. Und dann, wenn ich halb kurz sein, da habe ich die andere, so dass ihr könnt dann weiter wiesen dort. Opa, ich seht euch dort auch. Wenn ich da kehrten, ich war hier ein Stück mal ein bisschen drehen, und ich rannte alle da ineinander. Nun habe ich davon vergeten. Opa, nun wollte ich dort dann. Bei 20 oder 30 Minuten, wenn ihr ein bisschen Zeit nehmen dort auch, dann, äh, ich hoffe, die reagieren dort viel. Wenn nicht, einer oder der andere, der wird das vielleicht leichen, dann wollen sie das abbeten. Na jo, dann werde ich in die Loten gehen, und nun werden wir hier ein bisschen schmacken. Äh, doch wohl, Gewäss, äh, merken dort dort, äh, dort wird schön schmacken, dort der Jaß dort wird leichen. Na jo, odoi!